Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es mal den Raptor von einer ganz, ganz anderen Seite hier im Video, Leute. Deswegen mache ich auch ein kleines Pre-Intro, um euch einige Sachen zu erklären, Leute. Und zwar seht ihr gleich ein Video, wo ich mit Jem und Enno, einem anderen Kollegen von mir, gezockt habe und uns ist jemand nachgejoint. Derjenige hatte sein Headset an. Ich habe das erste Mal, Leute, es gibt ja dieses Dauer-Mute im Black Ops 3, das habe ich ausgemacht. Ich habe das erste Mal, Leute, ingame wirklich gehört in dem Game. Er meinte vorher, okay, wenn ich jetzt gegen die komme, dann bleibe ich drin, um die abzufacken. Er hat die Worte so genau gesagt, Leute. Also haben wir uns zusammengeschlossen und haben gesagt, ey, komm, er möchte uns abfacken, dann zeigen wir ihm mal, was wir drauf haben. Das heißt, ich habe viel gesweatet, wir haben relativ wenig geredet, deswegen habt ihr einfach auch chillige Musik im Hintergrund. Einfach gönnt euch das auf jeden Fall. Falls ich da so ein bisschen arrogant wirke, so ein bisschen abwertend gegenüber dem Abonnenten oder Zuschauer, das war einfach, ihr müsst es verstehen, wer hat den ganzen Tag abgefackt, Leute, kommt immer wieder rein, wollen euch extra abfacken, spielen Shotgun, dies und das und jenes, Leute. Und dann kommt noch jemand mit seinem Mic rein und sagt, ich möchte die jetzt abfacken, wenn ich gegen die spiele. Deswegen bin ich da manchmal ein bisschen ausfeind geworden, Leute. Ich habe ein paar Sachen rausgeschnitten, wo wir wirklich gar nicht geredet hatten, was einfach zu langweilig war. Gönnt euch das jetzt, Leute. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wenn man einfach ein bisschen provoziert wird, möchte man einfach irgendwann ein bisschen zurückprovozieren, wenn man darauf Bock hat, ja. Und für alle Leute, die sagen, ich sehe mit dieser Cap so scheiße aus, Leute, für euch trage ich die extra weiter. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Haut rein, lasst einen Daumen rum da und haut rein. Ja. Let's go. Kommt, Jungs, kommt. Er will uns abfacken? Ja, gut. Dann facken wir ihn ab, Digga. Versuch's, versuch's uns abzufangen. Einer ist rechts im Hill. Er ist One-Shot. Einer ist rechts im Hill. Er ist One-Shot. Einer ist unten, ein Mensch, glaube ich. Übrigens, der, der Jesus im Klantek hat, der hat, ähm, auch 1-8-7-Emblem. Oh, Mann. Ich werde gesnipet. Overwatch ist snipe. Ja. Down. Nice. Oh, du wurdest gemeldet. Lass Stonefield schon abriegeln. Komm, gleich Stonefield. Gehen wir hier Cut. Wollen wir auf Kills gehen oder auf Punkte? Ja, ich würde auf Kills gehen, Digga. Spawn alle Stonefield. Ja, ja, wirklich alle. Einer ist über Wall-Run. Ja, warte. Ja, er ist tot, er ist tot. Einer kommt unten rein. Einer ist unter mir. Ja, der kommt Cut gleich. Hab den. Einer ist Mitte. Irgendwo hat er sich hingelegt. Gewartet, bis jemand vorbei läuft. Das war sogar der Typ, der sagt, Nein, Rapp da, du. Und dann hat man nichts mehr gehört. Leide ich ja direkt deinen Toten, ja. Bestimmt, Digga. Ja, die chillen alle unten hinterm Sofa, Digga. Das geht gar nicht. Die werden hier Stonefield, ja, hinten. Warte, warte, überleben kurz. Ja, er hat mich noch geholt. Wir brauchen nur einen Orbi, Digga. Dann wixen wir so alles weg. Die sind doch absolut schlecht eigentlich. Ja, die sind übel schlecht, ja. Okay, Digga, jetzt mach ich den Orbi fresh. Braucht zwar noch übelst lange da zum Orbi, aber... Ich hab das immer gefühlt... Der eine sagt, ja, Mann, ich hab dir eine Drohne gedrückt. Nein, Digga, ernsthaft? How cute. Oh, der Tempest. Oh, weg. Okay, ich bin zwei vor. Top. Like a satellite. Okay, ein vor. Hab Orbi. Let's go. Nice, bro. Add Lichn im Stonefield. Alle. Na, Badler. Nice. Ich mach meine... Lichn? Ich mach meine Top Lichn. Ist es das, was der Ball damit abfuckt? Digga, er sagt, nein, Haptic, fast gefickt. Digga, ich bin... Ich hab einen Bullet bekommen. Wirklich einen einzigen. Das ist One-Shot. Das ist das, was er mit abfucken meint jetzt, oder wie? Fühlt sich hart nach abfucken an. Ja, ja, Digga. 35 Punkte vor. Ich bin auch 105 vor. Oh nein. Oh, hab ihn. Hab ihn. Warte. Oh, der Zweiter. Na, schade, Digga. Egal, come on. Hinter... Oh nein, ich sterb wirklich 55 davor. Digga, das ist so unlucky, man. Überlegen... Digga, überlegen MSMC's, ne? Ja, ja. Die dich nicht reintrauen, kommt doch rein. Wir empfangen euch nur. Wir wollen euch nur empfangen. Wir sind ein gutes Hotel, versteht das? Junge Raptor. Ja, Digga, du wolltest doch abfucken. Come on jetzt. Zeig mir, was du drauf hast, Mann. Oder doch schon. Ja, nichts, Digga. Jetzt kommen die aus beiden Seiten. Aus der Tarnbelag, Alter. Warte mal, wie sind deren KDs? Oh, fast jeder geht negativ. Darf ich dich wieder, Digga? Ja. Oh, und Shot, danke. Jetzt spielt er die komische Basilisk. Na, moin. Never end it home to lost boys like me. And lost boys like me. Was ist denn das? Oh, wo brotst du drei Stück? Das sind sogar vier. Hab drei. Stepp 40 Punkte vor. Ah, er regt sich so auf, Digga. Alter, der deutsche Nachjoiner wird hier selbst abgefuckt, Digga. Wird hier immer schreien, wenn man die holt, ne? Ja, ja. Ey, ich choke jedes Mal an meinen scheiß Tempest, ne? Versteh's nicht. Digga, was ist denn da los? Warum kannst du mich nicht killen? Jolo. Digga, was ist da los? Ey, komm schon. Ja, ey, komm schon. Beschwer dich nicht. Gewinn Gunfight. Digga, du bist auch grad so frech, ey. Ja, Digga, so frech wie er ist und extra abfacken will, Digga. Wie alle auf mich geiern, weil ich einen Kill da mache. Digga, was ist los? Was ist los mit euch? Hier, Digga, wieder. Junge Rap. Junge Rap, er beschwert sich die ganze Zeit. Oh, ja. Was, wollen wir es beenden oder weiter Kills machen? Kills machen, Digga. Let's go, Digga. Ich hab schon 60, Mann. 60? Ja, Digga. Non-Lethal. Auf seinen Nacken, Digga. Komm her, komm her. Noch wer hier oben? Nicht? Nein? Sicher? Komm, du, Challenge. Unten, unten sind zwei. Nice, komm her. Challenge du auch. Nice. Willst du auch noch challengen? Ja? Oh, der hat mich. Let's go, Baby. Bereit für etwas Rauch zu sorgen? Das ist bereit für Essersausewausen. Du hast übrigens deine Einstellung, Soundeinstellung nicht, also so, dass man das im Video nicht hören kann, was er gesagt hat. Also, Digga hat ausgeschlagen, aber... Ja, nein, ja, okay. Mal schauen. Ist auch egal. Was ist denn los mit denen? Was ist denn los mit denen, sagt er? Wir rapen dich ein bisschen, Digga. Lassen wir mal nächste Stellung, die Punkte. Gönn dir den Geist. Komm on, Leute, komm on. Wir holen das. Ich komm hier mit rein, Digga. Achso, Ding, das ist ja hinter uns. Einer hat ein Balcony. Der snipe vorne. Nein, nein, nein. Wer blockt mich da, Digga? Irgendwann random. Boah, Alter, was für ein Lacker. Ich bin kurz vor Orbi, Digga. Hab Geist. Okay, bin 200 vor Orbi, Digga. Lassen wir einfach die nächsten Punkte, Sven da ist. Oh, die kommen green. Warte, ich bin 100 vor. Oh nein, den kriege ich nicht. Oh, hat der mich krank gepusht, ey. 60 vor Orbi. Die spawnen hier. Ab Orbi. Nice, Digga. Kedding? Ja, mach ich. Ja, ich hab auch Orbi. Hinter uns, hinter uns. Nice. Ich hab einen super Abschluss gemacht, moin. Nice, Enno. Jetzt werden die richtig geraved, Digga. Was ist denn da los, Digga? Was ist denn da los? Oh, ich brauch Moni, meine VNP-Skrächle. Und nochmal einen Vierfachabschluss, nice. Nice, Enno, Junge. Let's go. Oh, die spawnen bei mir. Lol. Ja, die spawnen weiter an hier, glaub ich. Äh, Orbi aktivieren? Hab ich, hab ich, hab ich. Nice. Hab 17,0, Bro. Und die die Nucleare. Evolutionäre Sackgasse. Sack. Absolut in der Stellung. Oh, man. Wie er sich aufregt, Digga. Jetzt ist er der Abgefuckte, ohne es zu merken, hab den nächsten Orbi. Ich hab auch Orbi. Ich hab auch Geist. Ja, dann, hm, hau du raus, den Orbi. Oh, Baby. Challenge, Rüchtiger. Mal über Leer, fuck. Und ich hau raus. Hoppala. Oh, die Punkte der nächsten Stellung würde ich gerne mal haben. Danke. Oh, mein Aim ist so da, Digga. Ich aktiviere dann den nächsten Orbi, ne? Ja. In der Welt. Einer sagt, komm, App, Digga, ich jag dich. War ich 21,0. Oh, nein. Oh, ich wär fast down, what the fuck. Er sagt, ich hab ihn fast, und dann war er weg. Ich hab brutal. Nice, ich bin auch auf einer Streak, Digga. Nein, er geht mich. Ich bin 23er, Digga. Ich bin auch gleich brutal. Nice, Digga. Komm, mach die Nuklear. Ich hau hier die ganze Zeit Geist raus und du machst Nuklear. Come on, Digga, das wär so sick. 24, Digga. Chill einfach. Ja, mach ich ja auch. Nee, ich spiel einfach weiter, Digga. Wenn ich's kriege, dann kriege ich's. Ja. 495 vor dem nächsten Orbi. Nice, Digga. Nein, er hat mich belastet, Digga. Scheiß drauf. 24,0. Nice, Mann, Digga. Ich hab einfach weitergechallenged. Ich spiel nicht wie gegen ne Pussy, Digga. Da sind auch die 80 Kills. Nice, Bro. Und ich will keine zweistelligen Tode haben, einfach. Let's go, Baby. Woo. Uh, 41,9. Ha, ich setz mein Headset ab, Digga. Mehr sag ich dazu nicht. Ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da. Lasst ein Like da, Leute. Schaut bei Jam vorbei. Schaut bei Enno vorbei auf dem Twitch-Kanal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute.